Herzlich Willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um das Kurfürstentum Mainz. Die Geschichte, wie es zu diesem Video kommt, ist ein bisschen komplizierter. Ich war auf der Buchmesse am Stand des Verlages Schnell und Steiner. Und die hat nicht nur ein sehr, sehr schönes Buch, zu dem ich gleich nochmal komme, sondern ich habe dort auch den Leiter des Diözesanmuseums in Mainz, Winfried Wilhelmi, kennengelernt. War ganz großartig. Der Mann war genauso begeisterungsfähig fürs Mittelalter wie ich. Ich bin auch ein großer Fan des 15. Jahrhunderts. Wir wurden da einander vorgestellt und haben es verabredet, dass ich ihn besuche. Das habe ich letzten Donnerstag gemacht. Und daraus ist eben grundsätzlich dieses Video entstanden. Es geht nicht nur um das Museum. Am Ende mache ich so einen kleinen Museumsrundgang mit euch, mit den Highlights. Aber ich wollte kein normales Museumsvideo machen. Ich wollte etwas über einen Kurfürstentum machen. Und da bietet sich Mainz wirklich massiv an. Und weil es an diesem Stand angefangen hat, wird dieses Video auch tatsächlich von Schnell und Steiner unterstützt. Das ist ein Verlag, den ich schon lange mag. Ich habe auch etliche Bücher von ihnen im Regal. Und die bringen unfassbar viel Bücher über unsere Zeit. Also im Mittelalter, auch Antike machen sie viel. Ich habe, glaube ich, auf dem Video über die Buchmesse sechs Bücher von ihnen vorgestellt. Also massig an Material. Ich habe mich in Verbindung gesetzt. Wir werden vielleicht in Zukunft noch ein paar Sachen machen. Die haben auf jeden Fall unfassbar schöne Bücher. Zum Beispiel auch dieses hier. Der Mainzer Domschatz. Damit hat das Ganze angefangen. Daran habe ich rumgeblättert. Ist so, ihr seht, ein mächtiger Brocken und so ein richtig schöner Katalog. Also mit ganz viel Informationen über den Domschatz. Zu dem werden wir gleich nochmal kommen. Und das Buch ist relativ neu. Leider so neu, dass ich es nicht verlosen kann. Ich kann euch dieses Buch sehr empfehlen. Unten gibt es einen Link dazu. Aber wir verlosen ein anderes Buch von Schnell und Steiner. Nämlich das Berner Münster. Das ist ein kleiner Racheakt. Der nicht wahrletzt in Berner Münster. Da durften wir nicht fotografieren. Aber in der Auslage lag genau dieses Buch. Und ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe es noch nicht. Ich habe es mir nicht in Bern mitgenommen. Eins davon geht aber an euch. Wenn ihr es haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Ihr kennt das. Schreibt was Nettes dazu. Ihr hört eure Gewinnchancen nicht. Aber ich freue mich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Buch einen schönen Besitzer findet. Wie gesagt, am letzten Donnerstag bin ich nach Mainz gefahren. War im Dom, im Diözesanmuseum. In der Domschatzkammer wurde herumgeführt. Über zwei Stunden lang. Der Museumsleiter Wilhelmi hat sich wahnsinnig viel Zeit für mich genommen und mir alles wunderbar erklärt. Und daraus ist eben so im Grundlagen dieses Video entstanden. Und Mainz als Kurfürstentum. Ich meine, Mainz ist mehr als nur das Kurfürstentum. Es gab es in den Artikel schon. Es hat später noch andere Bedeutungen. Es ist heute eine Landeshauptstadt. Aber ich will mich im Prinzip auf die Rolle als Kurfürstentum im Heiligen Römischen Reich konzentrieren. Natürlich die Geschichte davor ein bisschen machen. Aber Mainz ist nicht irgendein Kurfürstentum. Mainz ist das Höchste der Fürstentümer. Der Kurfürst von Mainz, der gleichsäge Erzbischof ist, galt als Höchster der Fürsten. Und warum das so ist, warum er diesen Anspruch hegt und auch durchsetzen kann, das werden wir in diesem Video sehen. Um das Jahr Null wird ein Legionslager an der Mündung des Mainz in den Rhein gegründet. Nahe des Legionslagers entsteht eine Siedlung, Mogon Thiakum, angeblich nach einem keltigen Gott namens Mogon benannt. Dieses Mainz, wie wir es heute nennen, wird später die Hauptstadt der Provinz Germania Superior. Hier habe ich die Provinzen mal. Später heißt das Ganze dann Germania Prima. Germania Inferior wird zu Germania Secunda. Und ab dem dritten Jahrhundert ist eine Stadtmauer nachweisbar. Ab dem vierten Jahrhundert eine christliche Gemeinde mit einem Bischof. Schon seit dem ersten Jahrhundert gibt es eine steinernde Brücke über den Rhein. Und hier auf einem Pleisiegel aus Lyon ist die tatsächlich älteste Abbildung von Mainz zu sehen. Das ist jetzt natürlich eine Abschrift oder eine Nachzeichnung. Da sieht man schon auf der einen Seite das Kastell. Mainz Kastell heißt bis heute tatsächlich so. Oder hat zumindest den Namen nachher auch bekommen. Auf der anderen Seite ist eben das heutige Mainz und dazwischen die steinernde Brücke. Sehr selten ist eine Stadt, die so früh schon eine Abbildung hat. Und damit gehört Mainz natürlich zu den sehr, sehr alten Städten im deutschsprachigen Raum. Also hat auch eine durchgehende Existenz. Wir verschwinden nicht irgendwann mal, fällt auch gar nicht so stark zurück wie andere Städte. Außer der Brücke gibt es noch ein Theater. Muss ein sehr, sehr beeindruckendes Bauwerk gewesen sein. Gilt als größtes Theater nördlich der Alpen und hat eine Bühnenbreite von 42 Metern gehabt. Wir können außerdem, wie gesagt, sehr früh Christentum dort nachweisen. Hier haben wir einen Grabstein, der auch im Museum liegt. Und die Inschrift ist sehr nett. Die lautet Hirut Florientus. Der Soldat erlebte 26 Jahre und drei Monate. Also wir haben da wirklich sehr, sehr lange, vier Jahrhunderte im Prinzip eine Besiedlung. War nie so groß wie zum Beispiel Köln. Bekommt nie den Status einer Kolonia. Ist aber durchaus eine wichtige römische Stadt. Anfang des 15. Jahrhunderts zerfällt dann sowohl die Provinz als auch die Stadt. 480 kommt die Stadt unter fränkischer Herrschaft. Man kennt das von vielen römischen Städten. Sie wird deutlich weniger besiedelt. Der Siedlungsraum geht zurück. Die mittelalterliche Stadt erreicht nie die Ausmaße, die die römische Stadt hatte. Aber natürlich ist dadurch einiges an Infrastruktur da. Auch die Brücke verfällt. Die gibt es nicht mehr. Erst im 19. Jahrhundert wird eine neue Brücke über den Rhein an der Stelle gebaut. Also über den Rhein kommt man nur durch Fähre oder Umwege. Also in Bingen gibt es zum Beispiel schon frühe Brücke. Aber in Mainz gibt es keine mehr. Im Mittelalter fängt dann die Zeit der Erzbischöfe an. Wir haben hier, ich glaube, das ist aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, eine Aufregung sämtlicher Wappen der Bischöfe von Mainz. Ganz lange Zeit sind das völlig fiktive Wappen. Die Bischöfe der Zeit, da gab es noch gar keine Wappen und gar keine Heraldik. Gegen Ende wird es immer glaubwürdiger. Man sieht, wir haben da eine ziemlich lange Ahnenreihe von Erzbischöfen in Mainz. Der erste zuverlässig bekannte Bischof war im 6. Jahrhundert Sidonius. Davor gibt es eine ganze Reihe an Bischöfen, die wir nicht wirklich nachweisen können. Das könnten spätere Hinzufügungen sein. Da sollte man sich nicht so sehr drauf verlassen. Und dieser Sidonius ist bereits faktisch Stadtherr. Der ist wohl auch der, der der Kirche das Patronat des Sankt Martin gibt. Das ist bis heute so. Also der Dom in Mainz ist dem Sankt Martin gebeten. Und auch das ganze Erstbistum nutzen als Patron. Die Christianisierung in der Region der Zeit ist ganz interessant. Denn in den Städten haben wir bereits christliche Gemeinden. Im Umland so gut wie gar nicht. Also das Umland ist noch quasi komplett heidnig. Und während die Städte eben vom Süden her, von den Römern, christianisiert werden, ist das beim Land vor allen Dingen die Mission der iroschottischen Missionare. Die kommen so im Ende der Spätantike in den deutschsprachigen Raum. Sehr bekannt ist dann die nächste Generation der englischen Missionare. Da ist Bonifatius der bekannteste. Der gehört im Prinzip zur selben Welle. Stammt aber eben weder aus Schottland noch aus Irland, sondern ist Engländer. Und der ist ja sehr bekannt, dass zum Beispiel Vogelsberg am Hochrutskopf missioniert hat. Und der wird 745 Bischof von Mainz. Damit ist Mainz quasi eines der wichtigsten Bistümer nördlich der Alpen. Bekommt auch sehr, sehr viele Bistümer unterstellt. Und ab 789 wird ein Schüler Bonifatius Lulus Bischof. Und unter ihm wird das Bistum zum Erzbistum erhoben. Und es hat dann nachgeordnete sogenannte Suffragan-Bistümer. Darunter Worms, Speyer, Würzburg und Eichstätt. Und bis ins Jahr 1000 kommen noch etwa zwölf weitere Bistümer dazu. Bis in den Böhmchenraum. Also Prag ist zum Beispiel eines dieser Suffragan-Bistümer. Mainz ist tatsächlich unter den Bistümern nördlich der Alpen das größte und auch wahrscheinlich das wichtigste. Nach der Reichsteilung, das Karolingische Reich wird aufgeteilt, macht Heinrich I. den Mainzer Erzbischof Herrega 1922 zum Erzkaplan seiner Hofkapelle. Die Hofkapelle fungiert im Prinzip als eine Art Kanzlei. Die Hofkapelle ist sowohl der Verwaltungstrakt des Königs oder Kaisers, aber auch so etwas wie eine Kaderschmiede. Dort werden zukünftige Bischöfe ausgebildet. Also da irgendwie angestellt zu sein, ist ein sehr, sehr gutes Sprungbrett für eine Karriere. Und der Erzkaplan der Hofkapelle ist im Prinzip so das wie der Privatsekretär des Königs oder Kaisers. Seit 965 ist das Amt, das sich dann später zum Erzkanzler wandeln wird, fest mit dem Bischofssitz verbunden. Und 975 wird Williges Erzbischof. Der war vorher auch schon Kanzler. Da haben wir eine viel spätere Abbildung von ihm. Tatsächlich, wie wichtig er ist, sieht man auch so selbst in der schädlichen Weltchronik. Später noch ein Bild von ihm zu sehen ist hier. Williges als Bischof mit dem Mainzer Rat, dem Wappen von Mainz. Und Williges als Sohn nicht adliger Eltern geboren. Macht dann eine glänzende Karriere, unter anderem eben auch in der Hofkapelle. Und mit der Ernennung zum Erzbischof wird er gleichzeitig zum päpstlichen Bikar ernannt. Dem der Vorrang gegenüber allen anderen nordalpinen Bischöfen gewährt wird. Und daraus leiten die Erzbischöfe bis heute einen Stellvertreterstatus ab. Also sie haben den Anspruch, oder vor allem im Mittelalter haben sie den Anspruch, die Stellvertreter des Papstes im Norden zu sein. Gleichzeitig wird damit auch die Krönung der Könige gerechtfertigt. Denn als Stellvertreter des Papstes nehmen sie das Recht der Krönung in Anspruch. Schaffen sie nicht immer durchzusetzen, aber den Anspruch haben sie. Trotzdem wird der Mainzer Erzbischof zur Schlüsselfigur der Königskrönung. Und das ist ihnen auch sehr wichtig. Das werden wir gleich noch schöne Beispiele sehen, wie sie das auch für ihre eigene Darstellung nutzen. Seit dieser Zeit führt Mainz zudem die Bezeichnung Heiliger Stuhl. Damit ist Mainz das einzige Bistum außer Rom. Also sprich außer dem Papst, der die Bezeichnung Heiliger Stuhl verwendet. Das ist tatsächlich bis heute der Fall. Und im 11. Jahrhundert wird der heilige Bardo dann Erzbischof von Mainz. Mit dem habe ich ein bisschen Verbindung, denn der ist hier zwei Dörfer weiter in Oppershofen geboren. Und die Region, in der ich wohne, die Wetterau, ist streng protestantisch, bis auf diesen einen Ort. Oppershofen ist katholisch. Man hat einen eigenen Heiligen. Da wird man nicht evangelisch. Der hat auch so eine nette Karriere. Der ist erst Mönch, dann wird er ab, dann Erzbischof. Und ist dann unter anderem auch der, der den Dom später beit. Und dieses Selbstverständnis sieht man zum Beispiel sehr schön am Grabmal von Siegfried von Eppstein. Das ist so ein Bischofskrab. Gestorben ist der 12.49, also kurz danach. Und es gibt eine sehr schöne Grabentschrift, die ich euch vorlesen möchte. Siegfried III., Erzbischof des Heiligen Studes, Rektor der Kirche von Fulda, Apostolischer Legat, den besten und größten Gott geweiht, Siegfried III., aus dem edlen Geschlecht der Grafen von Eppstein geboren, 33. Mainzer Erzbischof, Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches für Deutschland und 17. Kurfürst, Apostolischer Legat und einst Administrator der Fuldacher Kirche, einem Mann von großen Tugenden und Taten. Nachdem er diese von Erzbischof Konrad von neuem begonnenen Kirche vollendet und geweiht, den Landgrafen Heinrich von Hessen und den Grafen Wilhelm von Holland zu römischen Königen gekrönt, das Erzbischof in Ehre und Besitz großartig bereichert und 24, eigentlich nur 19, jahrelang bei den verschiedenen Kriegen und Gefahren, unter denen das Reich Litz sehr weise regiert hat, starb er in der Blüte seines Alters am siebten Tag vor den Iden des März, 1249 in Bingen und wurde hier nach frommen Brauch in Christo bestattet und genießt die fromme Ruhe der Toten. Das ist mal eine Grabentschrift, oder? Das zeigt natürlich auch das ganze Selbstverständnis. Also er ist Erzkanzler des deutschen Reichsteils tatsächlich. Es gibt auch noch Kanzler für das Burgundliche und für den italienischen Reichsteil, aber der Mainzer Erzbischof ist der Erzkanzler des deutschen Reichsteils und eben, dass er sowohl den Heinrich von Hessen und Wilhelm von Holland gekrönt hat. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Man sieht hier neben dem Erzbischof ganz klein die beiden Könige, die er gekrönt hat und dasselbe sehen wir dann auch noch mal auf dem Grab von Peter von Aspelt 1320. Der wird gleich mit drei Königen, nämlich Heinrich VII. Lüpfiger in Bayern und Johann von Böhmen gezeigt. Johann von Böhmen ist der, der dann blind in der Schlacht von Kressy getötet wird. Aber auch da, man zeigt sich als Kröner der Könige. Real war es oft der Erzbischof von Köln, denn Aachen als Krönungsstätte liegt im Kölner Erzbistum. Das heißt, real hat der Erzbischof von Köln dann die Krone aufgesetzt, aber als Kurfürst ist der durchaus Königsmacher gewesen. Das werden wir gleich bei der Rolle als Kurfürst noch mal haben. Aber man sieht schon an den Gräbern, dieses selbstverständlich, der Erzbischof von Mainz ist der, der die Könige macht. Das wurde ganz deutlich gezeigt. Auf einem Hoftag in Verona erhält mit der sogenannten Veroneser Schenkung durch Otto II. Das Erzbistum dann weit Landschenkungen, die einen großen Teil der späteren Kurlande ausmachen. Nach dem Tod Ottos II. regiert dann Kaiserin Theophanu im Namen ihres Sohnes und nach deren Tod wird Williges für drei Jahre praktisch Regent des Reiches. Also hier haben wir schon eine enorme Machtfülle. Er ist Erzbischof, er ist Kanzler und jetzt ist er auch noch Regent. Und dieser Williges lässt in Mainz den Dom bauen, den heutigen Mainzer Dom. Der wird 1009 vollendet, wahrscheinlich nur der Chor, denn der wird zuerst geweiht. Am Tag der Weihung oder am Tag davor, da gibt es unterschiedliche Aussagen, brennt der allerdings ab. Williges lässt zwar umgehend den Neubau beginnen, stirbt aber lange, bevor er fertiggestellt wird. Eben erst Bardo fast oder über 20 Jahre später kann den Dom dann tatsächlich weihen. Im 10. Jahrhundert kommt auch Erfurt unter Mainzer Herrschaft und bleibt das tatsächlich über die gesamten Dauer des Heilungsrömischen Reiches. Im Hochmittelalter entstehen in Mainz recht früh bürgerliche Strukturen. Schon im 12. Jahrhundert verleiht Adalbert der Erste von Saarbrücken den Bürgern Steuerfreiheiten und die Garantie nur in der Stadt vor Gericht gestellt zu werden. Das ist eine ganz wichtige Garantie. Also man hat eine gewisse Rechtssicherheit als Bürger. Die Privilegien werden zwar 1160 schon wieder zurückgenommen und auf Befehl Kaiser Barbarossas müssen die Stadtmauern geschleift werden. Aber wir haben da schon einen sehr, sehr frühen Anfang bürgerlicher Selbstständigkeiten. Barbarossa scheint da erstmal gegen die Stadt zu arbeiten, aber in Pfingsten 1184 lädt er dann zum anlässlich der Schwertleiter seiner Söhne zum Mainzer Hoftag, das auch das größte Fest des Mittelalters genannt wird. Hier ist eine spätere Abbildung. Barbarossa mit seinen Söhnen eben. Für diesen Hoftag wird eine hölzerne Stadt mit Kirsche und Festhalle aufgebaut, also ein Riesenkomplex. Neben dem Hoftag selbst finden Reiterspiele statt, erstmal noch friedliche Reiterspiele. Nahe Ingelheim soll auch ein wirkliches Turnier abgehalten werden, das aber wegen eines Unwetters dann abgesagt wird. Also es kommt wohl auch zu Toten in dieser gebauten Stadt und deswegen lässt man das Ganze dann sein. 1188 gibt es einen weiteren Hoftag in Mainz, der ist der Auftag zum Kreuzzug, Barbarossa zieht auf den Kreuzzug, den er halt nicht überlebt und 1212 wird dann Friedrich II. in Mainz gekrönt und 1235 wird dann der Mainzer Landfrieden erlassen. Der Mainzer Landfrieden ist im Prinzip die erste kaiserliche Urkunde, die neben Latein auch mittelhochdeutschen Text hat und es ist im Prinzip das erste Grundgesetz. Also es ist ein tatsächlich Landfrieden gibt es immer mal wieder, die waren allerdings immer nur begrenzt, der ist jetzt auf lange Zeit und damit ist er ein andauerndes Gesetz und damit haben wir tatsächlich so ein frühes Gesetz für das Reich. Das Federrecht wird darin eingeschränkt, es wird festgelegt, dass vor der Feder ein Prozess geführt werden muss, erst dann darf man die Feder ausrufen und Regale, also Kaiser oder die Rechte der Fürsten werden als kaiserliche Vergabe definiert. Also so Sachen wie Zollrecht, Münzrecht, all diese Rechte, die Adlige haben, werden jetzt im Prinzip zu kaiserlichen Rechten erklärt oder königlichen Rechten, daher Regal kommt von real, also königlich und sie werden im Prinzip zu Lehnsinhalten erklärt. Das ist eine ganz wichtige Sache für das Lehnswesen und ein Grundgedanke dieses Landfriedens findet sich in Artikel 5 Satz 1 Recht und Gerecht sind geschaffen, damit niemand Rächer seines eigenen Unrechts werde, denn wo die Autorität des Rechts fehlt, herrschen Willkür und Grausamkeit. Das ist für das Mittelalter ein sehr interessanter Gedanke, aber das ist eben so genau die Gottesfriedens- oder Landfriedensbewegung, die wir im Mittelalter lange haben, also man versucht, dieser willkürlichen Fede des Adels etwas entgegen zu setzen und da ist eben der Mainzer Landfrieden ein ganz wichtiger Schritt. Die Stadt selber profitiert dann vom Streit zwischen den Stau von ihren Gegnern, den Welfen und anderen. Man lässt sich von beiden Seiten umwerben und so erhält die Stadt 1244 abermals umfangreiche Rechte. Der Erzbischof ist nur noch nominell Stadtherr. Verwaltung und Rechtsprechung gehen auf den Rat über. Mainz wird dann auch Mitbegründer des Rheinischen Bundes. Das ist so die Blaupause der späteren Städtebünde. In dem Video über Städtebünde habe ich darüber was erzählt. Vor allem im Interregnum kaiserlose Zeit versucht dieser Rheinische Städtebund Ordnung und Frieden zu halten. Ebenso war Mainz Teil des Rheinischen Münzvereins. Die haben eine gemeinsame Währung, den Rheinischen Gulden, rausgegeben und Geld und Gewichte sind immer sehr eng verbandelt. Es gibt auch das Rheinische Pfund, das sowohl eine Währungseinheit ist, aber eben auch eine Gewichtseinheit, die in den Mitgliedsorten gültig war und damit haben wir quasi eine frühe Standardisierung von Gewichtseinheiten und Geld. Das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Dieser Rheinische Gulden ist auch im Prinzip die Leitwährung im deutschsprachigen Raum. Es gibt noch den Königsgulden, der ist im Prinzip gekoppelt, aber der Rheinische Gulden ist so das Maß aller Dinge. Die Mainzer Erzbischöfe waren eben auch Kurfürsten und beim Kurfürsten sind wir bei einer sehr interessanten Eigenheit des Heiligen Römischen Reiches, denn wir haben da ein Wahlkönigtum. Das ist gar keine so neue Idee. Im Gegenteil ist in der Geschichte die direkte Vererbung gar nicht mal so üblich. Wir haben immer wieder gewählt oder ausgerufene König, haben wir in der Antike schon genauso. Und nach dem Wegfall der letzten Karolinger treten die Großen des Reiches, also die Fürsten zusammen und wählen einen neuen König. Seit 911 sind dabei alle Reichfürsten wahlberechtigt. Es gibt allerdings auch Vorwahlen, wo sie bereits Fürsten treffen und absprechen, sodass nicht alle zusammenkommen müssen. Auch im Westfrankenreich gibt es ursprünglich eine Wahl. Den Karpetigern gelingt es aber, eine Erbfolge durchzusetzen und zu einer Dynastie zu werden. Im Ostfrankenreich gelingt das nicht. Da kommt es immer wieder zu Dynastie wechseln, bei dem wieder die Großen und Reiches zusammentreten und neu wählen. Den wählenden Fürsten sind daran interessiert, dass diese Wahloption bei ihnen bleibt und sie schaffen es eben, die Wahl als entscheidenden Faktor durchzusetzen. Also Erbschaft ist gar nicht so das Entscheidende, die Wahl ist das Wichtige. Im Thronstreit zwischen den Staufen und Welfern kommt es dann auch zu Doppelwahlen. Die Fürsten wählen zwei Kandidaten, wir haben König und Gegenkönig. Gleichzeitig ist die Problematik darum, führt dann dazu, dass das Wahlkolleg deutlicher umrissen werden. Im Sachsenspiegel um 1230 haben wir dann hier eine Darstellung der Wähler. Wir haben oben die drei geistlichen Fürsten, den Erzbischof von Mainz, den Erzbischof von Köln und den Erzbischof von Trier. Darunter haben wir die vier weltlichen Fürsten, da haben wir den Pfalzgrafen Bayrein, da haben wir den Maggraf von Brandenburg und den Herzog von Sachsen. Wer hier noch fehlt, ist der König von Böhmen, denn Eike von Repko, der Autor des Sachsenspiegels sagt ausdrücklich, der sei nicht wahlberechtigt, weil er kein Deutscher ist. Der Erzbischof von Mainz gilt dabei schon als der höchstrangige dieser Fürsten und diese Kurfürsten treten dann ab dem Hochmittelalter in Frankfurt am Main zusammen. Hier haben wir ein Bild der ehemaligen Wahlkapelle. Zu meinem großen Leidwesen ist das heute, es ist ein ganz kleines Schild, sagt, dass es die Wahlkapelle ist, ansonsten ist es ein Ruheraum, eine Gedenkkapelle, die man auch nicht rein soll, eine reine Gebetskapelle. Also wir haben hier einen der wichtigsten Orte der deutschen Geschichte, aber ist nicht wichtig, den irgendwie zu nutzen. Ist eine Wahlkapelle, was soll man sagen. Bereits im Mittelalter wird dem Kurfürsten Kolleg eine legendäre Berechtigung zugeschrieben. Es gibt mehrere Kaiser oder auch Päpste, die als Urheber genannt werden, die diese Kurfürsten eingesetzt haben sollen, aber auch die Ableitung von den Erzämtern, die ich gleich erklären werde, wird genannt. Zum Beispiel im Sachsenspiegel wird auf die Erzämter Bezug genommen. 1338 schließen sich die Kurfürsten dann zum Kurverein von Renze zusammen, um sich vor der Wahl abzustimmen und überhaupt zu Netzwerken. Vor allem beschließt der Kurverein allerdings auch, dass die Kurfürsten die Entscheidung über den deutschen König fällen und nicht der Papst. Der Papst hat eigentlich ein Approbationsrecht, das heißt seine Zustimmung wird erfordert ist auch ein sehr langer Streit zwischen Krone und Papsttum, habe ich im Film über das Heilige Römisch Reich schon mal ein bisschen angerissen. Karl IV lässt dann schließlich Rechte und Pflichten der Kurfürsten in der goldenen Bulle festlegen. Wir haben 1356 veröffentlicht, es gibt mehrere Abschriften, das hier ist die Frankfurter Abschrift, das ist keine so ganz prächtige, aber den Namen hat es eben von diesem goldenen Siegel unten dran, das ist eine Bulle, Papst, auch wenn der Papst etwas siegelt, ist es eine päpstliche Bulle, da gibt es auch viele Missverständnisse, nicht alles was der Siegel ist, automatisch eine offizielle Stellungnahme des Papstes, das ist zum Beispiel bei dem Hexenhammer von Heinrich Kramer so, der ist zwar gesiegelt von der Kanzlei, aber mehr auch nicht, und die goldenen Bulle ist tatsächlich eine Art Grundgesetz, da ist ganz ganz viel festgelegt, zum Beispiel die Zahl der Kurfürsten und das ganze Prozedere, ab dann sind es eben die sieben Kurfürsten, nach dem Tod des Kaisers in Frankfurt zusammenzukommen und binnen 30 Tagen den künftigen König zu wählen und der König, der deutsch-römische König ist automatisch aspirant auf den Kaiser. Das ist nicht immer genau dasselbe, weil der König muss sich erst vom Papst krönen lassen, das wird später dann auch fein umgangen und es dauert ein bisschen die Neuzeit, bis das wirklich quasi oder faktisch dasselbe ist. Im Mittelalter muss man das als zwei Dinge sehen, die sich aber so stark überschneiden, dass es wiederum kaum zu trennen ist in vielen Fällen. Der Erzbischof von Mainz, der eigentlich sich immer als wichtigsten hingestellt hat, nimmt jetzt eine neue Funktion ein, denn er beansprucht die letzte Stimme für sich. Nicht, weil er nicht seinen Rang erniedrigt oder sowas, sondern weil er das Züngler an der Waage sein will. Bei Gleichstand will er der sein, der entscheidet und das ist dann auch festgeschrieben. Tatsächlich, der Erzbischof von Mainz gibt die letzte Stimme ab und die Kurfürsten haben eben auch Erzämter inne. Der Erzbischof von Mainz ist gleichzeitig Reichserzkanzler für Deutschland, der Erzbischof von Köln ist Reichserzkanzler für Italien und der Erzbischof von Trier ist Reichserzkanzler für Burgund. Und das sind die drei Kronen, die der deutsch-römische König beansprucht. Die Krone Italien spielt noch länger eine Rolle, die wird immer mal wieder beansprucht, die Krone Burgunds verfällt quasi, die wird irgendwann, die schwindet irgendwie raus, aber das Amt den Anspruch auf der bleibt. Die vier weltlichen Fürsten haben dann im Prinzip Tafelämter. Der König von Böhm ist der Erz Mundschenk, der Pfalzgraf Bahrain ist der Erz Truchses, der Herzog von Sachsen ist der Erz Marschall und der Magraf von Brandenburg ist der Erz Kämmerer. Und bei Kaiserkrönungen zum Beispiel oder anderen Hoffesten, zum Beispiel in den Hoffesten in Mainz, Barbarossa, führen die Fürsten diese Ämter auch aus. Später werden sie ihre Stellvertreter machen, aber ich sage auch immer, im Mittelalter ist Dienen nicht unbedingt eine Erniedrigung. Für einen Adeligen ist es eine Ehre, seinem Herrn dienen zu können und wir haben viele Beispiele, wo an der Tafel von sehr, sehr hohen Adeligen auch andere Adelige als Diener fungieren. Das ist tatsächlich nicht so, dass man sich damit irgendwie schlecht macht oder sowas, sondern es ist eher so, ich habe die Ehre, bedienen zu können und wir haben das heute noch im Begriff, jemandem das Wasser reichen zu können. Ich kann nicht sagen, ob das Sprichwort aus der Zeit kommt, aber es ist der Gedanke, wenn ich jemandem eben gerade als Tafeldienst jemand das Wasser reichen kann, dann bin ich in der richtigen Liga, dann kann ich das. Und wir haben sehr, sehr schöne Bilder der Kurfürsten aus der Zeit, denn in Mainz gab es das Mainzer Kaufhaus. Das ist ein sehr, sehr großer Bau, wirklich eine Kaufhalle, die ist leider im, ich glaube, im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert abgerissen worden, weil Platz gebraucht wurde, aber ein wirklich beeindruckender Bau und oben am First kann man sehen, dort sind Figuren, in der Mitte St. Martin als Schutzpatron und daneben acht Figuren, das ist der, eine Figur ist der, eben der deutsche König, die anderen sind die Kurfürsten und die sind heute, die haben tatsächlich überstanden, die sind heute im Mainzer Landesmuseum, da war ich natürlich auch, habe Fotos gemacht und hier haben wir die Figur des deutschen Königs. Hier haben wir die Figur des Erzbischofs von Mainz und da fällt schon sehr auf, er ist hier als Ritter dargestellt. Das ist im Hochmittelalter und auch im frühen Späten hat da gar keinen Widerspruch, also ein Erzbischof ist durchaus auch noch ein weltlicher Adliger, gerade die Kurfürsten, also die Erzbischofs, die den Kurfürstentum haben, sind natürlich weltliche Machthaber und da ist es gar nicht ungewöhnlich, dass sie auch an Turnier teilnehmen, dass sie auch in die Schlacht reiten, da gibt es mehrere Beispiele, also die Idee, so einen Kurfürsten als Ritter darzustellen, ist gar nicht so abwegig. Beim Kurfürsten von Köln sehen wir das sogar noch ein bisschen netter, der hat als Helmzieher einen Bischofshut. Es ist ein bisschen schwierig bei den Dingen zu sehen, wer ist Köln, wer ist Trier, weil Köln hat ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund und Trier hat ein rotes Kreuz auf weißem Grund, also in nicht farbiger Fassung quasi nicht zu unterscheiden, aber das ist tatsächlich der Kölner Erzbischof. Hier haben wir den König von Böhmen und auch auf anderen Abbildungen haben wir das immer wieder. Hier haben wir zum Beispiel einen Türklopfer aus dem Rathaus in Lüneburg und da sind auch in der Mitte der Kaiser dargestellt, um ihn herum eben die Kurfürsten. Das ist tatsächlich für Selbstverständnis, das Heiligen Römisch Reich ist eine ganz wichtige Sache und diese Kurfürsten sind auch letztlich Berater des Kaisers. Sie haben ja über die Wahl hinaus auch eine ganz wichtige Funktion. Mit Maximilian I. ändert sich dann nochmal was, denn Maximilian I. ist der erste Kaiser, der sich nicht vom Papst krönen lässt, sondern er wird zum erwählten römischen Kaiser ernannt. Also er pfeift darauf, es vom Papst krönen zu lassen und letztlich ist das dann das auch, was alle Kaiser nach ihm machen. Sie sind ja alles Habsburger, die lassen sich einfach nur noch krönen, tatsächlich meistens in Frankfurt als Krönungsstadt, aber der Papst ist da mehr oder weniger raus. Die sieben Kurfürsten bleiben letztlich bis zum Dreißigjährigen Krieg in dieser Konstellation zusammen. Dann wird die Pfälzer Kurfürstenwürde an den Herzog von Bayern übertragen. Im westfälischen Frieden 1648 wird dann zum Ausgleich eine achte Kurwürde für die Pfalz geschaffen. Das sind erbtechnische Dinge, der Pfalzkraft war rein und die Bayern sind alles Wittelsbacher, die haben da verschiedene Erbdinge, das würde jetzt zu weit führen. Im Pfälzer Erbfolgekrieg, schon wieder die Pfalz, wird dann 1692 eine neunte Kur für Ernst August von Braunschweig-Lüneburg geschaffen. Wir nennen den Umgang sprachlich im Prinzip den Herzog von Hannover. Tatsächlich ist er bei Herzog von Braunschweig-Lüneburg. Die fällt dann an den englischen König, denn Hannover wird ja in Personalunion mit England regiert. Sprich, der englische König ist an der Kaiserwahl beteiligt. Keine so gute Ausgangsposition. Und 1803 im Reichsdeputationshauptschluss, so der letzte Versuch, das Reich zu retten, werden dann erstmal die geistlichen Kurwürden aufgehoben. Da werden wir später nochmal dazu kommen. Die Mainzer Kurwürde wird aus das Fürstenburg-Regensburg-Aschaffenburg übertragen. Dazu kommen noch die Fürsten über Salzburg, Württemberg, Baden und Hessen-Kassel, die jeweils auch noch eine Kurwürde bekommen. Allerdings ist das Ganze nicht wirklich wichtig, weil die nie an einer Wahl teilnehmen. Es gibt keine Wahl mehr. 1806 wird dann das Heilige Römische Reich aufgehoben. Die ganze Sache mit der Wahl ist vorbei. Ja. Hat sich erledigt. Spannend ist daran natürlich die Doppelrolle von Kurfürstentum und Bistum. Das kann man auch sehr, sehr schön sehen an dieser Karte. Alles, was hier so beige ist, ist das Bistum Mainz. Das sind alles Regionen, die unter dem Erzbischof von Mainz sind, also kirchenrechtlich ihm unterstehen. Alles, was hier lila dargestellt ist, das ist das Kurfürstentum Mainz. Also es sind völlig unterschiedliche Dinge. Der Kurfürst von Mainz als weltlicher Herr hat hier ein größeres Gebiet, also Fulda gehört dazu, oben Erfurt, das ist ein ziemlich zersplittertes Gebiet, um Mainz sogar nur ein relativ kleiner Teil. Da ist er direkter Landesherr, da hat er die Macht eines weltlichen Fürsten. In allen anderen Bereichen ist er der oberste Kirschenherr oder der zweitoberste, der Papst noch drüber. Das ist eine ganz komische Konstellation, denn der führt natürlich auch Fäden. Der befädigt sich mit dem Landgrab von Hessen zum Beispiel, später auch noch mit anderen umliegenden Fürsten und da ist er dann jeweils natürlich der oberste Kirschenherr, was er natürlich auch versucht auszunutzen. Also das ist eine sehr schwere Situation, dass man immer zwischen Bistum und Kurfürstentum unterscheiden muss. Es ist nicht das Gleiche, nicht mal im Ansatz. Und er hat im Prinzip diese Doppelrolle. Ein sehr, sehr mächtiger Fürst, dafür aber ein relativ kleines Gebiet verglichen mit anderen Kurfürsten. Dieses Gebiet ist auch nicht teilbar. Kurfürstentümer dürfen nicht geteilt werden. Und das Spannende bei dieser Konstellation ist, es ist ja kein Erbamt. Dieser Kurfürst wird ja nicht vererbt. Genauso wie Trier und Köln wird das immer neu vergeben. Andere Familien, auch aus dem Umland. Wir haben eine Menge Familien aus dem Umland, die diesen Rang erwerben. Das ist eine sehr teure Angelegenheit. Für so ein Amt muss man dem Papst sehr viel Geld an Bearbeitungsgebühr bezahlen. Da gibt es auch mehrfach Probleme, werden wir gleich noch sehen, weil es einfach sehr viel Geld ist. Aber wenn man es schafft, als relativ kleiner Landadliger aus der Gegend dieses Amt einzunehmen, dann ist man auf einen Schlag Kurfürst und der wichtigste Fürst des Reiches. Also das ist schon ein sehr, sehr heftiger Aufstieg. Und wir haben in der Frühphase sehr viele Kurfürsten, die aus einfachen Verhältnissen kommen. Entweder weil sie Mönche waren oder eben Missionare. Da haben wir eine ganze Menge, die aus wirklich einfachsten Verhältnissen gekommen sind. Später sind das im Prinzip immer adelige Familien, teilweise auch hochadelige Familien und es entstehen regelrechte Dynastien, die zwar nicht in direkter Linie vererbt werden, wo aber zum Beispiel die Neffen in die Ämter kommen. Und es gibt zum Beispiel die Familie Schönborn aus dem fränkischen Raum, die in Bamberg, Würzburg und Mainz immer mal wieder Kurfürsten waren. Also so regelrechte Karriere-Kirschenfürsten. Aber wir haben im Prinzip die drei geistlichen Fürstentümer sind tatsächlich nicht vererbbar. Da haben wir für die Zeit vor allem einen sehr spannenden Aufstieg, auch aus dem Niederadel, die eben in extreme Machtpositionen kommen. Das ist auch durchaus gewollt. Als Otto der Erste im Prinzip die Reichskirche für sich erschaffen hat und die geistlichen Fürstentümer eingerichtet hat, hat er natürlich daran gedacht, ihm Getreue dort reinzusetzen. Aus seiner Hofkapelle, Leute, die aus seinem direkten Umfeld kommen oder sogar Verwandte. Das machen allerdings die Fürsten auf Dauer nicht mit. Also das geht ein bisschen nach hinten los. Das geht in ganz andere Richtungen. Der Kaiser kann da nicht immer seine vertrauten einsetzen. Im Gegenteil hat er da teilweise regelrechte Gegner. Und auch zum Beispiel mit der Stadt Frankfurt können wir diese Streitigkeiten immer wieder sehen. Frankfurt untersteht komplett dem Erzbischof, versucht aber immer eine Eigenständigkeit zu bekommen. Zum Beispiel eigene Kirschen. Eines der ältesten Zeugnisse Frankfurter Selbstverwaltung ist, dass sie vom Kaiser einen Baugrund geschenkt bekommen, auf dem sie eine Kirsche bauen können, die ihnen gehört. Die zwar immer noch dem Bischof untersteht, aber es ist ihr eigenes Gebäude. Und diese Versuch, sich davon abzugrenzen, den sieht man immer wieder. Es ist so ein ewiger Konflikt zwischen den freien Städten und den jeweiligen Bischöfen. Im Spätenkleiter haben wir dann noch die Mainzer Stiftsfäde. 1459 setzt sich in der Wahl zum Erzbischof der Domkustos, also der Prinzip der Domverwalter in Mainz, Dieter von Isenburg durch. Hier haben wir sein Grab. Sehr, sehr prächtiges, gotisches Grab. Mag ich sehr. Werd euch nachher ein paar andere zeigen. Die haben wirklich schöne Gräber in diesem Dom. Der setzt sich gegen Adolf von Nassau durch. Hier haben wir Adolf von Nassau. Das ist sein Konkurrent. Und sein Problem ist genau das, was ich eben gesagt habe. Er muss dem Papst jede Menge Geld zahlen und das kann er erstmal nicht aufbringen. Er wird dann Teil eines Bündnisses gegen den Pfalzgrafen bei Rhein. Er versucht im Prinzip so zu Besitzungen zu kommen. Der Pfalzgraf bei Rhein, Friedrich der Erste, der hat auch wieder Beef mit dem Kaiser. Und dementsprechend gibt es da ein Bündnis gegen ihn, die ihn bei Pferdersheim zu einer Schlacht stellen. Dummerweise gewinnt der Pfalzgraf bei Rhein. Genau das. Friedrich der Erste wird dann auch Friedrich der Siegreiche genannt. Durch die Kosten des Ganzen, er müsste, also Dieter von Isenburg, müsste 20.000 Gulden an den Papst zahlen und die Kosten dieses Krieges legt er sich mit Papst und Kaiser an, wird dann abgesetzt und Adolf der Zweite von Nassau wird 1461 zum Erzbischof ernannt. Die schwerverschuldete Stadt Mainz, die ist so verschuldet, dass sie zeitweise gar nicht mehr zur Frankfurter Messe zugelassen wird. Die bleibt auf Seiten Dieter von Isenburgs, Adolf der Zweite von Nassau, verbündet sich dann mit dem Erzbischof von Trier, dem Bischöfe von Metz und Speyer, dem Grafen Ulrich V. von Württemberg, da haben wir auch Ulrich der Vielgeliebte genannt, mit seinen drei Ehefrauen, nacheinander nicht gleichzeitig. Ansonsten aber eine sehr, sehr schöne, gutige Rüstung. Und Karl I. von Baden tut er sich zusammen, um das Bistum Mainz zu erobern. Also er ist jetzt, Erzbischof ist aber nicht im, hat keinen Zugriff auf das Bistum, er muss das erstmal erobern. Um das zu tun, fallen sie ins Bistum ein und plündern. Auf dieser Seite stehen der Stadtraff von Mainz, Dieters Bruder Ludwig von Isenburg und Kurfürst Friedrich von der Pfalz. Also der, mit dem er gerade noch sich in der Schlacht gestritten hat, der Kurfürst von der Pfalz, steht jetzt auf seiner Seite. Und Friedrich von der Pfalz erhält er für die Städte Lorsch, Heppenheim und Benzheim. Hier haben wir Friedrich, den Kurfürsten und Pfalzgrafen bei Rhein. Das ist ein Glasfenster aus dem Kloster Maulbronn. Hier haben wir ihn als Kurfürsten mit dem entsprechenden Ornat. Also zum Kurfürstentum gehört vor allem auch der Kurhut und der Mantel mit Hermelin besetzt. Hermelin ist als Pelz tatsächlich in Kurfürsten vorbehalten, zumindest im Heiligen Römischen Reich. Das ist ihr Rang. Oft kriegen sie auch noch ein Schwert. Das Kurschwert können wir mehrfalls nachweisen. Also die haben eine ganz bestimmte Optik und bei Friedrich im Siegreichen sehr nett. Seine Rüstung hat sich erhalten. Hier haben wir seine Rüstung. Das ist eine Rüstung im italienischen Stil. Das ist relativ eigenartig für unsere Region. Also wenig Gotis daran. Und der Helm, den er hier trägt, ist wahrscheinlich ein Fußkampfhelm. Sehr schön sind die langen Schnäbel an den Schuhen, die tatsächlich abnehmbar sind. Da muss man nicht immer so rumlaufen. Die sind vor allem fürs Reiten sehr wichtig. Aber diese Rüstung ist tatsächlich im guten Zustand und da kann man ungefähr sehen, was der so getragen hat. Die Verbündeten Adolfs des Zweiten fallen eben erstmal in die linksrheinischen Gebiete ein, verwüsten die und aufgrund eines Gerüchtes, Friedrich der Siegreiche würde sie in Bayern aufhalten, um dort den Herzog Ludwig gegen Albrecht Achilles zu unterstützen, ziehen sie dann in die Pfalz. Dummerweise stimmen die Gerüchte nicht. Friedrich der Siegreiche ist sehr wohl in der Pfalz. Es kommt zur Schlacht bei Seckenheim. So eine der letzten großen ritterlichen Schlachten, die wir haben und Friedrich siegt abermals über seine Gegner. Er nimmt mehrere seiner Gegner gefangen, so zum Beispiel auch den Graf von Württemberg. Die Niederlage stoppt Adolf den Zweiten jedoch nicht. Der schafft es in der Nacht zum 28. Oktober, durch Verraten die Stadt einzudringen und diese zu plündern. Als Straf für die Unterstützung seines Gegners Dieter von Isenburg entzieht er der Stadt sämtliche Privilegien. Sie ist keine freie Reichsstadt mehr, sie ist nur noch eine Residenzstadt und er ruft alle Bürger auf einen Platz zusammen und es erscheinen etwa 800 Bürger, die komplett aus der Stadt verwiesen werden. Etwa der Hälfte wird später die Rückkehr erlaubt, aber ansonsten müssen die alle die Stadt verlassen. Adolf der Zweite regiert dann relativ unangefochten. Hier haben wir aus seiner Pontifikale, seinen persönlichen religiösen Texten, quasi seinem Handbuch, sehen wir ihn als Erzbischof. Davor steht nochmal ein Priester, er kennt man eine Tonsur und auf seinem Chormantel hinten sieht man nochmal das Nassauer Wappen, also wahrscheinlich ein Verwandter. Ich nehme nicht an, dass es ihn direkt darstellt. Und unter seiner Herrschaft sinkt Mainz zwar zur Residenzstadt herab, es ist keine freie Stadt mehr, trotzdem ist es ein durchaus kulturell wichtiger Ort. Es ist kein Wunder, dass in Mainz um 1450 der Buchdruck erfunden wird. Es ist außerdem auch so der, als Kunstregion ganz wichtig. Die Mittelrheinregion zieht sogar Künstler aus den Niederlanden an, sowohl der Hausbuchmeister als auch Ernst Räubig ziehen dahin. Wir haben dort sehr früh den Holzschnitt, sehr sehr früh, Kupferstich, Buchmalerei, wir haben da Buchmälerwerkstatt und zum Beispiel die Portifikale, die ich gerade gezeigt habe, ist da entstanden. Ein weiterer Anziehungspunkt ist eben auch der Hof des Pfalzgrafen bei Rhein in Heidelberg. Da gibt es zum Beispiel mindestens eine der Frauen des Pfalzgrafen, ist eine Buchsammlerin und beauftragt mehrere Werkstätten mit, oder beauftragt mehrere Werkstätten, ihre Bücher herzustellen. Und natürlich ist auch die Frankfurter Messe ein wichtiger Anziehungspunkt. Die Mittelrheinregion gilt als Kunstregion, ist so ein fest umrissener Begriff, ist so die Gegend Worms, Mainz, Frankfurt, so dieses Dreieck und da findet man tatsächlich gerade im 1500 sehr sehr viele Fortschritte und sehr großartige Kunstwerke. Das ist so die Region, mit der ich mich hauptsächlich beschäftige. Und herausstechen ist natürlich Gutenberg, die Geschichte ist ja auch bekannt, er ist lange in Straßburg, geht dann nach Mainz, druckt da tatsächlich die erste Bibel, dann gibt es Streit um seinen, um einen Kredit, er verliert im Prinzip seine Werkstatt, wird dann aber vom Erzbischof zum Hofbeamten erklärt, bekommt eine Leibrente und ein Wohnrecht, stirbt dann im Hof zu Algesheim, der wird ganz wichtig, weil 1477 wird eine Universität in Mainz gegründet, die tatsächlich bis zur Französischen Revolution besteht. Die beiden wichtigsten Gebäude sind wieder der Hof zum Algesheim und der Hof zum Gutenberg, nach der Johannes Gensfleisch, so heißt er eigentlich, seinen Namen hat. Das sind die beiden ersten Gebäude der Universität. In der Neuzeit gibt es dann einen ganz wichtigen Erzbischof von Mainz, nämlich Albrecht von Brandenburg. Auf den will ich auch nochmal kurz eingehen. Der wird schon mit 23 Jahren Bischof, 1513. Allerdings erstmal nicht von Mainz, sondern von Magdeburg. Da haben wir ihn. Ebenfalls 1513 wird er auch noch Administrator des Bistums Halberstadt und 1514 Erzbischof von Mainz. Er ist da gerade mal 23 Jahre, bis er sich 24 Jahre alt. 1518 wird er auch noch Kardinal. Und genau wie seine Vorgänger muss er dem Papst ordentlich Geld dafür zahlen. Wegen der Ämterhäufung wird das sogar nochmal erhöht. Der Bischof von Salzburg erhebt da Einspruch und er muss nochmal nachlegen. Dadurch ist er schwer verschuldet, also hat größere Probleme. Eigentlich war er schon mit seinem Bruder zusammen, Magra von Brandenburg. Geht dann, nimmt dann eben den geistlichen Weg. Ist nicht mal Priester, hat auch nicht studiert. Dafür braucht er wieder eine Dispense vom Papst. Er braucht einen sogenannten Studiendispense, der dann auch wieder Geld kostet. Und das Mindestalter hat er auch nicht erreicht. Also es wird alles sehr, sehr teuer. Und daher geht er auf den Ablasshandel. Er lässt sich ein Ablassprivileg ausstellen. Die Hälfte des Geldes geht an den Baulis-Petersdoms. Die Hälfte geht in seine Taschen. Und das ist einer der Auslöser für Luthers Thesen. Das ist so. Also genau die Region ist genau der Bischof, der da wirklich sich die Taschen massiv füllt. Also letztlich löst er die Reformation aus. Kann man nicht anders sagen. Er ist insgesamt ein Renaissance-Fürst. Also das Geistliche ist ein Nebending. Das haben wir häufiger mal. Er hat zum Beispiel auch Konkubinen. Ganz offen. Allerdings ist er mit denen für ein ähnliches Verhältnis. Also nicht so, dass er da ständig Wechselnde geliebt hat, sondern die beiden Konkubinen, von denen ich weiß, die hat er wirklich lange. Unterstützt auch die Kinder, die daraus hervorgehen. Also er ist da tatsächlich ein biederer Hausmann. Er ist kaum in Mainz. Er hat vor allem seine Hofhaltung in Halle. Da baut er viel aus. Muss sich allerdings 1541 aus Halle zurückziehen, denn sein Bistum da wird reformiert. Er kann sich da als katholischer Bischof nicht halten. Er geht nach Mainz. Er gewährt denen noch schnell die Religionsfreiheit, allerdings gegen Übernahme seiner ganzen Schulden. Also die dürfen ab sofort entscheiden, ob sie katholisch oder protestantisch sein wollen, müssen aber seine Schulden zahlen. Mainz wird in der Zeit ebenfalls beinahe reformiert. Also es ist im Dummkapitel eine große Frage, ganz lange, ob man einen katholischen oder einen protestantischen Bischof wählt. Und es steht mehrmals auf der Krippe. Es bleibt am Ende katholisch. Aber es ist keine wirklich ausgemachte Sache. In der Neurzeit haben wir natürlich in Mainz auch Hexenprozesse. Zwischen 1594 und der Mitte des 17. Jahrhunderts haben wir mehrere Hexenprozesswellen. Bertolt von Henneberg hat 1484 sich der Bulle, die Heinrich Kramer vorweisen kann, noch verweigert. Also der wird im Prinzip nicht zugelassen in Mainz. Dann kommen wirklich mehrere Wellen von Hexenprozessen. Mehr als 1000 Menschen zum Opfer fallen. Also wirklich schon im süddeutschen Raum, im katholischen Gebiet eine der heftigeren Verfolgungswellen. Und dann ist es eben Johann Philipp von Schönborn aus dieser Familie von Schönborn, der erste Hexenprozesse erschwert und sich schließlich ganz verbietet. Also da haben wir in der Neuzeit so die klassische Hexenverfolgungsgeschichte. Habe ich ja auch schon zwei Videos zu gemacht auf diesem Kanal. Das ist tatsächlich grausame Geschichte, aber letztlich nicht besonders auffällig. Der Dom zu Mainz ist natürlich ein sehr, sehr beeindruckendes und weit sichtbares Wahrzeichen der Stadt. Man sieht hier schon auf dem Bild sehr gut ist es vor allem ein romanischer Dom. Er hat gotische Anteile, er hat auch barockte Anteile, aber hier auf dem Bild sieht man zum Beispiel den hinteren Turm, da ist viel barock drin, aber im Grunde genommen ist es ein gotischer Bau und er hat eine Geschichte von inzwischen über tausend Jahren. Billiges, den ich schon mehrfach benannt habe, fängt den Dombau seit 1975 an. Es gibt zwar schon einen Vorgängerbau, aber der Bau, der ihm vorschwebt, ist kein Gemeindebau. Es ist keine Kirche für eine Gemeinde, dafür ist es nicht gedacht, es ist von Anfang an als ein Kaiserdom geplant. Es ist ein Machtsymbol. Mainz will das nordalpine Rom sein und diesen Anspruch versuchen sie dann eben auch durchzutrücken. Wie gesagt, am Tag der Weihe gibt es einen Brand, dann einen Neubau und durch Bardo eben eine zweite Weihe. Und hier haben wir im Diözesanmuseum sehr schön die verschiedenen Bauphasen. Das ist ein Bild, das mir unheimlich gut gefällt und hier vorne das erste Bild, das wir sehen, ist tatsächlich der ursprüngliche romanische Bau. Da haben wir das, was so im Prinzip im 11. Jahrhundert entsteht. relativ großer Komplex, sieht man schon, aber eben sehr streng romanisch. 1081 gibt es dann einen erneuten Brand und Kaiser Heinrich IV. fördert den Umbau. Da kommt wirklich Geld nach Mainz, es werden große Projekte angeschoben und 1239 hat man etwa diese Optik. Es ist ein neuer Turm entstanden, ein achteckiger Turm. Es wurden neue Schaufassade angesetzt, da sieht man eben auch so eine romanische Galerie quasi an diesem Halbturm. Mit dem Tod Heinrichs endet auch die Förderung. Es gibt einfachere Baumaßnahmen, zum Beispiel das Langschiff wird deutlich weniger spektakulär ausgebaut. Hier sieht man es, das ist ungefähr der Stand dieser Zeit. Und im späten Alter am Modell sieht man eines sehr, sehr schön. Um den Dom herum gibt es ein regelrechtes Viertel aus Nebengebäuden. Alle Gebäude, die auf dieser Platte zu sehen sind, das sind alles Gebäude, die immer noch zum Dom gehören. Das sind Wohnhäuser von Klerikern, das sind Ausbildungsstätten, das sind Verwaltungsstätten, also das ist wirklich alles, was irgendwie zum Dom gehört, ist hier gezeigt. Man sieht auch das Dach des achteckigen Turms sieht hier deutlich anders aus. Das können wir hier auf dem Stich von Merian von 1633 nochmal sehen. Da hat er noch eine etwas andere Form, aber so sah der zu dem Zeitpunkt aus. Und hier haben wir den heutigen Bauzustand und da sieht man im Vergleich, wie wenig Gebäude da heute noch dazugehören. Man hätte ja natürlich noch den Kreuzgang, den sieht man gerade nicht, da ist auch das Museum untergebracht, der achteckigen Turm hat später eben eine barocke Spitze bekommen, aber das Ganze ist deutlich zusammengeschrumpft, aber ich finde eben genau dieses Bild sehr, sehr spannend, um mal zu sehen, was für ein großer Komplex so eine Kirsche im Spätenalter war. Nicht nur in Mainz, da ist es natürlich besonders groß, weil es eben auch Sitz eines Bischofs ist, eines Erzbischofs und nehmen wir auch noch ein Kurfürstentum, aber auch in anderen Kirschen, auch in anderen Städten muss man sich die Kirschen deutlich größer und umfangreicher vorstellen, als das heute der Fall ist. Also man hat ja immer einen falschen Eindruck, wie groß oder wie viel Kleriker da tatsächlich zugange sind. Das sind ziemlich viele. Kurz vor Ende des Kurfürstentums Mainz kommt es dann noch zu einer ganz spannenden Episode, die Mainzer Republik. Im Ersten Koalitionskrieg stoßen französische Truppen 1792 nach Mainz vor und General Küstin schließt die Stadt ein. Er ist erst zögerlich, erkennt dann allerdings zum einen durch Beobachten, zum anderen durch französisch freundliche Bürger der Stadt, dass die Festung Mainz, die ist mittlerweile zu einer Sternfestung ausgebaut, furchtbar unterbesetzt ist. Die ist kaum wirklich verteidigungsfähig. Er dagegen täuscht den Mainz dann eine erheblich größere Truppenstärke vor, indem er die Lage entsprechend aufbaut und eigentlich ohne militärische Not kapituliert Mainz dann. Es wird ein Jakobiner Club gegründet, aufklärerig gesinnte Bürger sind von der Idee der französischen Revolution sehr begeistert und es kommt zum reinig-deutschen Nationalkonvent. Das ist tatsächlich das erste demokratische Parlament auf deutschem Boden. Es wird aus 130 Dörfern und Städten gewählt, natürlich nur die Männer, die Frauen haben noch kein Stimmrecht, aber man kann ja jetzt sagen, Demokratie einschränken, aber es ist tatsächlich schon über 50 Jahre vor der Paulskirche ein demokratisch legitimiertes Parlament und die rufen die Mainzer Republik aus. Da sie sich im Klaren sind, dass Mainz allein nicht überleben kann, versuchen sie eine Angliedung an Frankreich. Sie reisen nach Paris zum Nationalkonventar, bitten im Prinzip darum, an Frankreich angegliedert zu werden. Allerdings schon im Juli 1493, vier Monate nach Gründung der Mainzer Republik, wird Mainz zurückerobert und damit ist diese Episode schon wieder vorbei. Also ganze vier Monate gibt es eine Mainzer Republik. Hier haben wir eben diesen Adam Philipp de Custine, der wird auch nicht wirklich happy mit seiner Eroberung, weil schon 1793 landet er selbst auf der Guillotine, weil er eben mit den Machthabern in Frankreich Probleme bekommt und wie viele, viele andere Opfer der Revolution wird. Das Ende des Kurfürstentums ist dann eigentlich noch mal genauso spannend, denn mit dem Reichsteputationshauptschluss 1803 werden ja die geistlichen Fürsttümer aufgelöst, auch die Klöster werden säkularisiert und als Reichserzkanzler wird im Prinzip beim Erzbischof von Mainz eine Ausnahme gemacht, der wird als einziger geistlicher Fürst mit weltlichen Gebieten entschädigt. Er bekommt das neu geschaffene Fürsttum Regensburg. Regensburg wird auch die neue Hauptstadt, da zieht er dann auch hin, residiert da, hat im Prinzip sein Fürsttum und schon 1810 wird das Ganze nach nicht gerade mal sieben Jahren schon wieder über den Haufen geworfen, denn im Vertrag von Paris geht Regensburg an Bayern, Napoleon gestaltet da Europa nach seinem Gusto neu um und der Erzbischof Karl Theodor von Dahlberg wird dafür mit einem neuen Fürsttum entschädigt, nämlich mit dem Großherzogtum Frankfurt. Das besteht aus den ehemaligen Fürsttum Hanau, Fulda, der Grafschaft Wetzlar und der freien Stadt Frankfurt und das existiert gerade mal bis 1813, also ganze drei Jahre existiert ein Großfürsttum Frankfurt, da wird auch komplett umorganisiert, es wird ganz viel in die Wege geleitet, eigentlich letztlich völlig nutzlos und zu der Zeit ist der Stern Napoleons schon wieder auf dem absteigenden Ast. Karl Theodor von Dahlberg war zwischendrin auch Kanzler des Rheinbundes, also im Prinzip eines deutschen Staates von Napoleons Gnaden, das wird ihm auch sehr übel genommen, er geht in die Schweiz ins Exil, darf dann schließlich als reiner Bischof von Regensburg ohne weltliche Ansprüche zurückkehren und verbringt seinen Lebensabend dann auch in Regensburg. Da ist er allerdings sehr, sehr populär, er hat Reformen auf den Weg gebracht, er hat soziale Fürsorge auf den Weg gebracht, er war tatsächlich ein sehr, sehr beliebter Bischof, aber damit ist der Kurfürstentitel hinfällig, das Kurfürstentum gibt es nicht mehr, ab dann ist Mainz ein reines Erzbistum, bis heute, bis heute ein wichtiges Erzbistum, wie gesagt auch dieser Titel eines Heiligen Stuhles ist bis heute noch wichtig und auch in der deutschen Kirchengeschichte ist Mainz immer noch ein ganz, ganz wichtiger Ort, aber diese Besonderheit, dieses Kurfürstentum mit seiner Doppelrolle als religiöse und weltliche Gebiet, das gibt es nicht mehr. Und weil ich schon mal da bin, machen wir noch einen kleinen Rundgang durch den Dom, im Kreuzgang des Domes, also hier ist der Kreuzgang, wunderschön zu sehen, er wird gerade renoviert, also da sollte man im Jahr vielleicht nochmal hin, dann ist der fertig, da wird gerade sehr, sehr viel gebaut, trotzdem sehr, sehr schön nach Kreuzgang und da findet sich der Eingang zum Diözesanmuseum, das da hinten ist der Eingang. Im Erdgeschoss oder im Kellergeschoss findet man die antike Geschichte von Mainz. Hier haben wir zum Beispiel ein karolingisches Fenster, wahrscheinlich 9. Jahrhundert, wirklich, wirklich selten solche Bauteile. Hier haben wir Überblick über das gesamte Museum, also ihr seht, da ist relativ viel erhalten, da findet man, hier sieht man steinernen Sarkophage, im Hintergrund geht es so langsam Richtung Hochmittelalter, die gesamte Geschichte von der Antike bis ins Hochmittelalter findet man eben hier unten sehr schön gezeigt, auch die Bauphasen des Doms, die Bilder vorhin habe ich da hergeholt, da gibt es diese Modelle, es gibt mehrere sehr, sehr gut gemachte Bildschirme, auf denen man eigentlich ganz großartige Visualisierung der Bauphasen des Doms sieht, also es hat echt Spaß gemacht. Hier haben wir schon aus römischer Zeit Stücke, also es ist ein Grabstein, aus sehr, sehr früher sogar, und einer dieser Bauteile ist zum Beispiel der Lettner, da sieht man, wie der Lettner mal aussah, das ist so, der Lettner soll in der mittelalterlichen Kirche den Chor rauben, in dem der eigentliche Gottesdienst von den Klerikern ausgeführt wird, vom Kirchenschiff trennen, also die Messe ist nicht für jedermann, das ist relativ häufig, und diese Lettner sind selten erhalten, in allermeisten Fällen wurden die irgendwann abgebrochen, und hier haben sie ein paar Bruchstücke tatsächlich erhalten, die wurden vor einigen Jahren ausgegraben, und man sieht hier oben diesen Fries, da sieht man zehn, und drei dieser Stücke haben sie erhalten, nämlich einmal die armen Seelen, die es leider nicht geschafft haben, die zur Hölle fahren werden, die geretteten Seelen auf der anderen Seite, und dazwischen das Weltgericht, das darüber entscheidet, und auf dem Lettner sieht man eben hier in der Mitte und direkt links und rechts davon, wo diese Bruchstücke mal gesessen haben. Vorhin ist letztendlich noch ein bisschen was erhalten, da sind zwei Treppenhäuser hinten dran, die sieht man jetzt hier nicht, und diese Treppenhäuser wurden tatsächlich recycelt, die sind heute noch im Dom zu erkennen, allerdings an völlig anderer Stelle, die wurden an eine andere Stelle gebracht. Ebenfalls ist die Mildtätigkeit auch ein ganz wichtiges Selbstverständnis des Erzbischofs von Mainz, und das finden wir tatsächlich auch immer wieder, dass in Berufen auf den auf St. Martin Mildtätigkeit geübt wird, natürlich sind das Machtmenschen, das sind Politiker, die auch teilweise sehr skrupellos vorgehen, aber zu ihrem Selbstverständnis gehört immer noch die Mildtätigkeit, immer und immer wieder. Die Teile dieser Ausstattung des Ländners wird dem Naumburg Meister, also der Meister, der auch in Naumburg die Figuren geschaffen hat, zugeschrieben, und das hier ist möglicherweise ein Selbstbildnis des Naumburg Meisters, da streiten man sich natürlich drum, aber es wird von einigen Stimmen als Selbstbildnis gesehen. Ebenfalls im Erdgeschoss oder im Kellergeschoss findet sich die Domschatzkammer, und die ist sehr, sehr beeindruckend, also hier sieht man noch sehr schön die Fenster des Kreuzgangs von außen, es sind allerdings wenig Stücke drin, die wirklich zur mittelalterlichen Domschatzkammer gehören. Die Domschatzkammer ist zweimal fast komplett ausgeräumt worden, da ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Heute haben sie da sehr prunkvolle Stücke erhalten, aber entweder sind sie später durch Sammler dazugekommen als Spende, oder es sind Stücke, die später hergestellt wurden. Wirklich mittelalterliche Stücke hat es gar nicht so wahnsinnig viele. Da haben wir nochmal das zweite Bild. Was wir so an mittelalterlichen Stücken haben, ist einmal diese Pyxis, also ein Aufbewahrungsbehältnis für Reliquien, manchmal auch Aufbewahrungsort für Hostien. Die hier ist aus dem 13. Jahrhundert, aus ganz bunten Dingen zusammengebastelt, da ist Leder verarbeitet, da ist Bronze verarbeitet, aber tatsächlich ein gar nicht mal so häufiges Stück, die meisten davon sind irgendwann verschwunden. Und ein Stück, das mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist die Summonate Williges Kassel. Also das ist so ein liturgisches Gewand, das wird bei der Messe getragen, es gibt so das Ganze als Chormantel, eben auch als Bischofsornat. Und das sieht jetzt erstmal überhaupt nicht spannend aus, aber das Ding ist tatsächlich fast 1000 Jahre alt. Das ist aus dem späten 10. Jahrhundert, ist aus Seide und hier kann man sehen, es ist geritzte Seide, da ist ein Muster eingeritzt. Und da war es sehr gut, dass ich den Leiter des Museums bei mir hatte, der hat mir nämlich das Gesamtgewicht genannt, das Ding wiegt gerade mal 2 Kilogramm. Und noch beeindruckender hat er mich auch darauf hingewiesen, hier sehen wir, wie es tatsächlich getragen wurde. Das auf diesem Schwarz-Weiß-Bild ist die Willigis-Kassel, eine 1000 Jahre alte Kassel, die in den 1960er Jahren noch für Gottesdienste verwendet wurde. Da sieht man auch, wie fein dieser Stoff ist, also wirklich ein ganz, ganz feiner Seidenstoff, unfassbar leicht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich kenne solche Chormantel aus späterer Zeit, ich habe letztens im Film über die Schweizer Museen, über die Burgunderbeute auch schon welche gezeigt, aber vor so einer 1000 Jahre alten Kleidungsstuze zu stehen, das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ebenfalls sehr nett ist der sogenannte Stephanus-Kelch, der steht da auch und hier sieht man diese wundervollen Emailarbeiten im Fuß und genau die sind nicht original. Der Kelch ansonsten ist tatsächlich aus dem 14. Jahrhundert. Die Emailteile sind ersetzt und lustigerweise haben sich die Originale, hier sieht man die ersetzten Stücke, da ist eben die Szene mit dem Judas-Kuss gezeigt. Das Emailstück ist im 19. Jahrhundert ergänzt worden, weil die Originale, die man hier auf der rechten Seite sieht, die wurden entfernt und sind heute in der Sammlung des Museums Schnüttgen in Köln und wahrscheinlich war das Fälschungsabsicht. Wahrscheinlich hat jemand versucht, da die Dinger rauszunehmen, um sie zu verkaufen und hat sie durch was anderes ersetzt. Das sind sehr gute Emailarbeiten, wirklich eine sehr gute Fälschung, aber ich finde es total spannend, dass ein Teil davon in Mainz steht und ein Teil davon in Köln, man die so genau zuordnen kann. Finde ich sehr, sehr lustig. Ganz wichtig war dem Leiter dann auch noch, das hat er mir schon auf der Buchmesse gezeigt, er hat so eine Lieblingsmonstranz, die ist für uns viel zu spät, die ist aus der Neuzeit, aber er hat, das Schöne ist, wenn man mit dem Leiter da ist, dann kann man auch das machen, was wir hier machen, nämlich an die, da sieht man die Monstranz und gleich in der Großaufnahme, da stößt er an den Kasten, damit sich diese auf Federn gelagerten Stücke bewegen. Also er hat da mehrfach dran gerumpelt, damit sich das so schön zittert. Ich zeige es nochmal. Da diese Blüten sind auf Federn gelagert und die, wenn die Monstranz getragen wird, dann zittern die so schön und das hat ihn völlig begeistert. Das war da hin und weg und ich würde niemals auf die Idee kommen, eine Vitrine zu stoßen, in der eine unbezahlbare Monstranz steht, aber das war, das hat Vorteile, mit dem Leiter da herumzulaufen. Im Obergeschoss gibt es dann noch ganz normale Ausstellungsräume, da ist sakrale Kunst ausgestellt, also man sieht hier mehrere Kreuzungsgruppen, mehrere Gemälde, hier nochmal einen Blick in die andere Richtung, werde hier auf ein paar Sachen nochmal eingehen, leider ist hinten ein Altar gerade nicht sichtbar und hier vorne sieht man schon, das sind so die Machtsymbole des Erzbistums Mainz oder des Kurfürstums Mainz. Auf der einen Seite der Bischofsstab, auf der anderen Seite das Kurschwert und das ist tatsächlich ein Schwert aus dem 50er Jahrhundert, fand ich sehr, sehr interessant, also ich sehe ganz gerne, ob davon mal jemand ein Replikat hergestellt hat, wenn nicht, müsste ich irgendwann mal, würde mich reizen tatsächlich, aber eben Sachen wie dieser Schlussstein mit einer Maria werden ausgestellt, es gibt einen wunderschönen Altar mit Zähnen aus dem Leben Heiligen Sebastian, es gibt einen Wandteppich aus dem Besitz von Albrecht von Brandenburg, den ich ja vorhin schon thematisiert habe, das ist, obwohl es aus der frühen Neuzeit stammt, sieht man hier noch die Verbindung zu spätgotischen Wandteppichen, da gibt es gleich mehrere von, also da sieht man auch die da, wie sehr man da repräsentiert hat, ein weiterer Bildteppich zeigt die Familie, die erweiterte Familie Jesu, das ist ein sehr beliebtes Thema, die ganzen, die ganzen Verwandtschaftsgrade, das ganze Umfeld zu zeigen, es gibt sehr schöne Glasmalereien, hier zum Beispiel Petrus, wahrscheinlich ein Kirchenfenster, das hier ist eher eine Kabinettscheibe, also eine Scheibe, die in einem, größeren Fenster eingebaut war, wahrscheinlich aus einem Bodengebäude, hier haben wir eine Kreuzabnahme, oder zumindest einen Gott, der Jesus in den Händen hält, aber auch im benachbarten Dom gibt es sehr, sehr schöne Dinge zu sehen, auf der einen Seite unfassbar viele Prunkgräber, also eine ganze Reihe gotischer Bischofskräber, habe ich vorhin schon welche gezeigt, hier ist noch ein weiteres, für mich wahrscheinlich das schönste Stück ist aber das Heilige Grab, um 14.90 entstanden, da ist es komplett, also eine ganze Trauergruppe darum und natürlich für mich als Thema sehr, sehr herausragend, die Gruppe der drei Wächter davor, die schlafenden Wächter, die in Detailaufnahme ist natürlich ein Fundstück für historische Darstelle, kann man eins zu eins nachmachen, hier haben wir einen schlafenden Wächter mit einer Beil, also diese Waffen sind auch sehr, sehr typisch, trägt eine einteilige Schaller, hat eine Gugel über seiner Schäcke und an der Seite eine Bauernwehr oder ein langes Messer mit zwei Beimessern, direkt daneben ein Armbrustschütze mit einem Halbhaar nicht, er trägt sehr schöne Schwebescheiben, die Brust ist typischer gotischer Stil, die Schaller auch einteilige in den Nacken geschoben, darunter auch eine Gugel getragen und eine Armbrust und als letztes haben wir dann diesen schlafenden Wächter, der hat eine Helmbarte, trägt ebenfalls einen Hahnig, allerdings einen Hahnig mit Beinzeug, dazu ein Schwert und letztlich ist das genau die Ausstattung, die wir bei einem Mainzer Bürger dieser Zeit erwarten könnten. Also vom einfachen kaum gerüsteten bis zum komplett gerüsteten sind das so die verschiedenen Stufen der Bürgerschaft. Das ist so etwa das, was wir bei städtischer Ausstattung sehen können und das finden wir auf solchen heiligen Gräbern immer wieder, egal ob sie gemalt sind oder wie hier aus Stein gehauen, das war für mich natürlich ein ganz wichtiger Punkt und ich durfte ihn mal ordentlich fotografieren. Also normalerweise kommt man da nicht ran, normalerweise ist da eine Absperrung und aus dem Winkel ist immer doof zu fotografieren, ich durfte hier ran und durfte ordentlich Fotos machen. Ja, das war das Kurfürstentum Mainz mit einer kurzen Führung durch den Mainzer Dom und sein Museum. Also ich kann nur raten mal nach Mainz zu fahren, da findet man wirklich viel Mittelalter, auch im Stadtbild hat man noch sehr, sehr schöne Dinge. Es gibt interessante Museen, das Landesmuseum in Mainz ist ein Blick wert, das Gutenberg Museum ist ein Blick wert und vor allem das Diözesan Museum ist wirklich ein Blick wert, da kann ich nur empfehlen mal reinzugehen. Also fahrt mal nach Mainz, gönnt euch das mal, ist wirklich sehenswert. Ich hoffe, es war interessant, mal ein Kurfürstentum aus der Nähe kennenzulernen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.